Heyo meine Lieben! Willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu dem heutigen Video. Heute habe ich mal ein Video für euch, was zwischen euch viele von euch hassen. Ich eingeschossen, also nicht das Video selber wollen, worum es in dem Video geht. Jetzt würde ich sagen, wir quasseln gar nicht lange oder stundenlange einführen. Ich hasse das nämlich selbst, wenn ich YouTube gucke und versuche es mir irgendwie auch abzuhören. Falls ihr mal ein Intro sehen wollt, das heißt ein Intro, was vor jedem Video kommt, dann schreibt jetzt mit dem Hashtag Intro in die Kommentare. Dann drehe ich gerne ein Intro für euch und füge das jedes Mal, bevor wir mit dem Video starten, ein. So, also will ich sagen, wir quasseln gar nicht lange, wir gehen einfach mal los. Es geht um das Video, was bestimmt viele Frauen hassen, eigentlich eingenommen und zwar ist das Pinselreinigen. So sehen meine aktuellen Pinsel jetzt aus. Puderpinsel, Rougepinsel, Lidschattenpinsel. Ja, von dem wollen wir gar nicht erst anfangen. Der ist normalerweise grau, die sind normalerweise weiß. Ja, der eingeschlossen. Also pure Katastrophe. Und ich hasse Pinselreinigen. Schreibt es in die Kommentare, wie oft ihr eure Pinsel reinigt. Ich versuche es regelmäßig, alle zwei Wochen mindestens, weil das ist irgendwie echt ekelig nach einer Zeit. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zusammen ins Badezimmer. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im Bade ziehe. So, wir kommen in unserem Badezimmer. Ich muss es hier größer machen hier. Das kommt, weil unser Badezimmer-Spiegelschrank so hoch hängt. Als allererstes braucht ihr einfach so ein normales Tongefäß. Da fülle ich jetzt lauwarmes Wasser rein, bis sozusagen der Boden bedeckt ist. So. Als nächstes benutze ich dann noch meinen Reinigungsschaumreiniger-Spiegelsgel, je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Dann mache ich so zwei bis drei Spritzer rein. Eins, zwei, drei. Vermixle das so ein bisschen mit meinen Händen, bis das anfängt zu schäumen. So. Und dann gebe ich noch etwas von meinem Garni-Reinigungswasser in der Richtung Waterproof. Das ist für mich aber ganz wichtig. Dadurch werden auch wasserfeste Reste von eurem Tinsel entfernt. Und bindet sich nicht nur zum Binnenreinigen, sondern auch zum Abschminken. Das heißt, falls ihr ein gutes Gesichtswasser sucht, es ist ein bisschen teuer mit vier Euro, aber ich liebe es. Und dann mache ich jetzt so, weiß ich nicht, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spritzer rein. Warum werde ich zu geizig mit sein? So sieht meine Schale jetzt aus. Und die stellen wir jetzt auf der Waschmaschine. Ich drehe euch jetzt einmal kurz. Ah, das ist jetzt das Vorhergebnis von den Pinseln und ich zeige euch dann das danach Ergebnis. Ich tunke die jetzt erstmal hier so ein bisschen ein und lege sie dann rein. Damit die sich erstmal schön mit dieser Flüssigkeit aufsaugen. Wie ihr sehen könnt, das Wasser verkebt sich schon mal. Und schreibt es in die Kommentare, wie oft ihr auf jeden Fall eure Pinsel reinigt. Und das würde mich sehr interessieren. So, wir sind gleich fertig, ist der letzte Rest da. Der Applikator rein, mein Mac Pinsel muss rein. So, noch die zwei und mein Augenbraunpinsel. Furchtmisschen, das Wasser hat sich schon wunderbar verfärbt. Jetzt zeige ich die Pinsel alles ein bisschen ein. Und dann lasse ich das jetzt so circa, sagen wir mal, halbe Stunde bis Stunde stehen. Also ich lasse es jetzt eine Stunde stehen. Die Pinsel schön einweichen in diesem Wasser und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Stunde wieder, damit ich dann euch zeigen kann, wie ich weiter meine Pinsel reinige. Hey, meine Lieben, willkommen zurück, ich stehe schon in unserem Badezimmer. Es ist jetzt genau eine Stunde um und ich zeige euch jetzt einmal kurz, uh, da ist das Wasser. Ich muss mich jetzt einmal kurz drehen. So, da ist jetzt theoretisch das Wasser und jetzt werden wir das Wasser ausspülen. Und dann zeige ich mal, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt gleichzeitig mit dem Abstand nehmen, wie ich gleichzeitig die Kamera rein und meine Pinsel gleichzeitig waschen. Dann braucht ihr, oder ich benutze immer so einen Pinselreiniger, den habe ich mal bei Amazon entstanden. Ich kann ihn gerne in der Unimpfabox verlinken, wenn ihr das wollt. Dann nehme ich aber nochmal meinen Reinigungsschaum. Mache mir hier mal ein bisschen Platz. Und jetzt nehme ich erstmal die Schüssel. Kipp das Wasser aus. Das ist mittlerweile schön braun, finde ich gut. Lass so Wasser laufen. Steck zwei Finger hier in den Pinselhalter. Nehme jetzt einen Pinsel. Poher ein Punkt. Mach den Pinsel nass. Und reib das so lange, bis das schäumt. Und macht den Pinsel damit sauber. Und reib das so lange, bis der Pinsel wieder sauber ist. Immer so in kreisenden Bewegungen. Und damit wird der Pinsel optimal gereinigt. Und ihr habt nicht so das Problem, dass die Pinsel voller Farbe sind. Und zum Schluss halte ich das Pad noch einmal unter Wasser. Reib den Pinsel da rein, damit auch der restliche Schaum da rauskommt. Und ruckzuck ist der Pinsel wieder grau. Und das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. Weil ich muss euch ja keine 8.000 Pinsel hier zeigen. Machen wir noch ein paar Pinsel zusammen. Ihr könnt noch in die Kommentare schreiben, wieviel Pinsel ihr zu Hause habt. Und ob ihr günstige oder teure Pinsel zu Hause habt. Also mir ist es eigentlich so ein bisschen bunt gemischt. Die meisten habe ich zu günstigen Pinsel. Ich bestelle mir immer so ein riesen Set bei Amazon. Und ja, von daher bin ich damit eigentlich mega zufrieden. Da habe ich mir mal Pinsel-Ära von... War das Lidl? Ich glaube es war Lidl ja so ein Pinsel-Set von Lidl schenken lassen zum Geburtstag. Das war letztes Jahr. Und da ist mir die Pinsel schneller kaputt gegangen. Obwohl die fast ich glaube 6 Euro mehr gekostet haben. Als die günstigen Amazon-Pinsel. Ich glaube 10 Stück 3 Euro oder so. Also das hat schon irgendwie was zu heißen finde ich. So. Und der dritte Pinsel ist fertig. Ich denke es ist eine super Art eure Pinsel wirklich gut zu reinigen. Dass man sie vorher erstmal einweicht. Damit sie sich vorher von der Flüssigkeit irgendwie schon voll saugen. Und äh... Damit ihr nicht so das Problem habt. Aber was ich cool finde, dass es hier so zwei Seiten hat. Damit kann ich wohl nicht so gut meine Pinsel reinigen. Aber hier oben. Mit den Pumpen. Da finde ich das eigentlich ganz praktisch. Der Pinsel ist auch noch braun. Aber das ändern wir jetzt auch mal eben. So. Ich versuche meine Pinsel alle zwei Wochen regelmäßig zu reinigen. Das ist einfach wichtig. Weil da versammeln sich Millionen von... äh Millionen. Weiß ich nicht. Doch. Schon auf jeden Fall jede Menge Bakterien. Und man guckt, was da für ein Schmodder rauskommt an den Pinseln. Und bedenkt, dass man sich doch jeden Tag aufs Gesicht klatscht. Ist das nicht gerade sehr appetitlich. So. Das Kissen schäumt immer wieder sehr schön. Und der Liste Pinsel ist sauber. Und das macht jetzt mal eben schnell und schnell durchlaufen. So. Und nachdem ich meine ganze Pinsel gereinigt habe, wenn die jetzt da liegen. So sieht die Pinsel jetzt wieder aus. Wieder schön sauber. So. Um die letzte Flüssigkeit da rauszuholen. Ich fange die jetzt an, auf dem Handtuch so ein bisschen zu kreisen und abzuputzen. Um A nochmal die letzten Reste zu entfernen. Und B äh... Um den letzten Schmodder irgendwie rauszuholen. Das muss ich euch mal kurz wieder einmal abstellen. Um die Pinsel halbwegs trocken zu kriegen. So. Gucken wir mal schön sauber wieder. Der Pinsel ist, Leute. Das ist echt... Wir sind ein bisschen niedrig. Ich glaube... So ist es besser, ja. Gucken wir mal so den letzten Schmodder rauszuholen. Einmal nur so ein bisschen kreisen und dann nachher bewegen, um die Pinsel halbwegs trocken zu kriegen. Gucken wir mal, wie schön weiß der wieder ist. Ich bin mega happy. Es gibt ja nichts über saure Pinsel und ich finde, damit macht das Schminken sogar noch mehr Spaß, wenn man wieder saubere Pinsel hat. Sehe ich zumindest so. Okay, dann muss ich ihn einmal ausspülen. Hier ist noch Schaum dran. Da habe ich den Schaum nicht richtig abgespült. Dann wollen ich ja kein Schaum ins Gesicht klatschen, ne? Ja, jetzt ist besser. Das mache ich jetzt mit allen Pinseln, die aber so ein bisschen trocken rubbeln. Und danach lege ich sie auf den Balkon zum Trocknen. Damit die schön trocknen, damit ich sie morgen wieder verwenden kann. Ich frage mich, wer da trommelt. Der trommelt immer die ganze Zeit bum 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 bum, wie so ein Zirkus. So, wir haben hier zwar ein Zirkus um die Ecke, aber ich bin im Badezimmer, da dürfte man das eigentlich nicht so laut hören. Aber gut. Die Applikate tupfe ich einfach nur so ein bisschen ab. Also lege die auf dem Handtuch drauf und tupfe die mit dem Finger so ein bisschen ab, während sie auf dem Handtuch sind. So. So. Jetzt nehme ich meine ganzen Pinsel. So. So sehen meine Pinsel jetzt übrigens wieder aus. Schön sauber sogar. Der ist wieder sauber, mein Kabuki-Pinsel, den ich zum Bronzen verwende. Da war so viel Bronzepuder dran, das ist phänomenal. Schauen wir mal in den Korinthalen, was ihr euch, euer Gesicht bronze habt mit Puder, flüssig oder halt cremig. Jetzt dürftet ihr das aber auch hören. Jetzt lege ich meine Pinsel hier draußen zum Trocknen hin. Heute ist zwar ein regnerischer Tag, aber wir haben eine Überdachung. So, das sind jetzt meine Pinsel. Ich würde mal sagen, türkische Hochzeit. Ja, könnte man sagen. Das sind jetzt meine Pinsel, sie sind alle wieder schön sauber. Jetzt werde ich mich eben noch von euch verabschieden. So, meine Lieben, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn euch meine Pinselreinigung gefallen hat. Abonniert mich, falls ihr es nicht gemacht habt. Das ist gerne kostenlos. Aktiviert euch gleich die Glocke, um keine Videos von mir zu verfassen. Und auf jeden Fall sehen wir uns bis zum nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video.